Ja, Götz, das war leider ja nicht das erwartete Spiel, was wir gerne gespielt hätten. Was waren die Gründe, dass es heute doch sehr einseitig war? Ich glaube, da gibt es unglaublich viele Gründe. Nummer eins, ich glaube offensiv, defensiv waren wir mit dem Kopf überhaupt nicht im Spiel, mit dem Herzen auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber es war offensichtlich so. Die Ballverluste, mit denen wir das erste Viertel anfangen, acht Stück. Und ich glaube nicht, dass es daran lag, dass sie so viel Druck gemacht haben, wir haben den Ball einfach weggeworfen. Das tat schon mal weh. Ich glaube, wir waren erster Halbzeit noch einigermaßen im Spiel, obwohl wir, wie gesagt, offensiv und defensiv überhaupt nicht da waren. Im dritten Viertel haben sie uns das Genick gebrochen mit den acht Dreiern, die sie da getroffen haben, obwohl sie kein gutes Werferteam sind. Aber wir haben es ihnen auch zu leicht gemacht. Wir haben nichts von dem umgesetzt, was wir machen wollten. Ich habe keinen Leadership gesehen auf dem Court. Ich habe keinen, nicht den richtigen Kampf gesehen, den ich dann sehen will. Wenn wir schon mit 20 hinten sind, dann will ich wenigstens, dass wir uns vor der Halle nach den Bällen werfen. Und wir gehen mit hängenden Kopfen durch die Halle. Das geht nicht. Ja, im Grunde genommen ist das alles gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Wir spielen nächste Woche, glaube ich, in Düsseldorf. Ganz normale Trainingswoche wahrscheinlich, ne? Ja, wir haben jetzt eine anstrengende Zeit hinter uns. Morgen und Montag wird frei sein und dann müssen wir uns konzentrieren, dass wir wieder Basketball spielen, so wie wir es können und nicht so, wie wir es heute gemacht haben. Alles klar. Danke dir. Cosmo, ja, große Enttäuschung, glaube ich, heute nach den doch so erfreulichen letzten Wochen. Warum haben wir heute doch relativ schwache Spiele aufs Parkett gelegt? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich muss einfach sagen, dass Karl zu uns in jeder Kategorie des Spiels den Schneid abgekauft hat, mit sehr viel mehr Physis gespielt hat als wir. Ja, und dann haben wir es in keiner Phase des Spiels geschafft, irgendwie Kontrolle auszuüben. Und ja, es sah so aus, als würde ein erwachsenes Team gegen ein U18-Team spielen. Es tut natürlich besonders weh, weil heute die Rekordkulisse, so viele Fans, alle gut gelaunt und ja, es tut dann auch weh, dann so eine enttäuschende Leistung zu zeigen. Ja, sitzt man auf der Bank und hat einfach nur irgendwie ein schlechtes Gewissen und es ist natürlich sehr ärgerlich. Und ja, ich kann es nicht so ganz erklären, warum das passiert, aber ja, Karl ist ein gutes Team, so. Ja, hoffen wir mal, dass ihr in der Woche rausfindet, woran es heute wirklich speziell gelegen hat. Geht ja nächste Woche trotzdem weiter in Düsseldorf. Dengst du, dass wir diesen Genickschlag heute auch wegstecken und dann vielleicht ein anderes Gesicht zeigen? Ja, das ist, denke ich, jetzt das Wichtigste, dass man so eine Niederlage einfach wegstecken kann und versucht dann halt nächste Woche wieder unser normales Gesicht, in Anführungszeichen, zu zeigen. Aber ich denke, das wird jetzt noch ein, zwei Tage sitzen bleiben, weil es echt wehtut und ja, dann schauen wir mal am Mittwoch, Dienstag, Mittwoch an, wir anfangen zu trainieren, dass wir uns dann auf Düsseldorf konzentrieren. Nathan, what has happened today in our team? Kaohsiung, it's hard to say their name, but they came out with more energy with us. It's crazy, because we went over their game plan exactly in practice, and I just feel sad, because every time it's a home game, we just don't get it together. It was just like a varsity team played against a JV team, plain and simple. Have you any idea what the reason is, or the reasons are, that we made this game? There's a lot of things I could say, but I'd rather just say no comment. Looks a little bit like a game juniors against seniors, or do you think so? I agree. We just have, I don't know, it's, we're like a family off the court, but on the court, you would think that we just all hate each other. And I, I mean, I don't get it. I would say we got to work on it, there's so many games ahead, but now it's do or die time. It's playoffs. Like, I want to make playoffs. I know the guys want to make playoffs, so we need to start acting like a playoff team. We have the crowd coming, it's a home games. We handle stuff on the road, but every home game, we don't handle it, and it's sad. Okay, but next week, there's a next chance to make it really, really much more better, or, in just a lot, what, what do you think? We'll bounce back. Yeah, we'll bounce back. We'll bounce back. Dankeschön. Dankeschön.